Hier we go! Yo! Grüß euch, ihr Feppl, Feppl, Fepplinos! Und herzliche Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Trouble in Mindplan Mittwoch. Ich versuche es diesmal ein wenig kürzer zu halten, weil mir ist aufgefallen, meine Videos dauern echt, ey, manchmal hier so 15 Minuten, da geht einfach nicht so weit, da ist einfach hier wieder eine Dude, mein Leben. Und, äh, wie soll es anders sein? Gerade eben noch ein bisschen geschlafen, ein bisschen im Bett gelegen, ich kam heute früh nach Hause, da musste ich auf die Baustelle, da musste ich ein bisschen Steuropork schleppen, da musste ich anderes Zeug schleppen, war ein amüsanter Tag, das war ein wenig beschissen, ein wenig anstrengend, und dann bin ich irgendwann heim, so um 3, 3, 4. Ja, und das war dann schon, äh, ja, das war schon ordentlich. Ja, und dann habe ich ein bisschen geschlafen, so ein paar Stunden bis jetzt, so, jetzt haben wir jetzt 20 Uhr 56. Jo, und ich bin... You are a traitor. Okay, ich bin ein Traitor. Ich muss als Traitor, muss ich schauen, ähm, dass ich vielleicht gucke, dass ich irgendwas kriege, womit ich andere Leute töten kann. Das ist vielleicht sinnvoll. Na, Leute, das macht vielleicht... Alter! Alter, jo, was ist denn denn für ein Hurensohn? Ja, jo, aber was soll ich denn hier auch machen? Das ist unfassbar. Naja, auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt sterbe, kann ich trotzdem weiterreden und weiterquatschen. Ja, und dann geht ja bereits schon ein paar Minutes, und, ähm, jo, Slash-Hub, ja, wie kann man auch eigentlich den Arsch so weit offen haben? Und ich habe mir überlegt, oh ne, oh ne, jetzt kommt irgendwie wieder, war das ganz, ganz wichtig, war das ganz wichtig, meine Le... ja, ich habe direkt ein Wasser aufgemacht hier, warte. Auf jeden Fall, die Sache ist halt die, ähm, meine Naas noch ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu, ich war auch direkt nach dem Duschen, muss direkt los sprinten, weil... ein bisschen los sprinten. Aber ich habe mir überlegt halt, ne, wenn ich halt ein bisschen mehr Zuschauer habe und wirklich da in verschiedenen Videos, ja, wirklich die Tendenzen sind, sag ich mal, ganz viele Leute, Super Smash Mops zugucken und ganz viele Leute in meinem Faktenvideo zugucken, dann mache ich jeden Tag wirklich zwei Videos, das habe ich mir so überlegt gehabt, zwei Videos vom besten Format her, ja, und andere Formate streiche ich einfach, ja, der kommt am iPhone hinten, ja. Und dann kommt jeden Tag die Server halt, weil mir ist aufgefallen, ich mache so viele verschiedene Dinge, obwohl jedes Format quasi gleich ist, außer eins und das eins, und Fakten, die anderen Formate mache ich immer dasselbe, weil ich quatsche halt, ich erzähle irgendeine Story, irgendwas, ja, ein bisschen was, und dann ist meist irgendwie, die Geschichte, die Story, irgendwie so, es sei nicht, irgendwie dieselbe, nicht nur eine Story, aber, ja, es ist irgendwo so, irgendwo so, irgendwie so, irgendwo so, ja, irgendwie schon so, bisschen, aber da, würde ich sagen, würde ich sagen, würde ich sagen, die Mapi, hier ist doch noch nice, das weg wie der Gefühle, hier meine Löffner, das weg wie der Gefühle, la 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 la, ja, auf jeden Fall, ähm, jetzt hat auch so ne Toss, ne neue Nummer, erst mal angeschrieben, hat mir grad per Instagram, die Number, die, die Number, die Gapen, Instagram, Leute, Instagram, hm 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 hm, äh, ihr könnt ja auch gucken, in der Description, ich glaub, mein Instagram Profile, ist einfach verlinkt, guys, es ist verlinkt, ich sollte zu mir nicht, verlinkt, sein, ich sollte nicht, verlinkt sein, ja, und, ähm, jetzt ist es halt so die Sache, auf jeden Fall, ich war zu der Baustelle, wenn ich heimlich komme, wirklich so wieder, so ein, so ein, verpenter, Pentag, so ein bisschen, würde ich schon sagen, ja, irgendwo, wenn ich so zurückdenke, an die Times, macht das richtig viel Sinn, so zu pennen, hätte man einfach richtig Bock drauf, so ein, zwei, drei Stunden schlafen, das waren wir, glaub ich, paar Stunden mehr, so am Schlafen, so, so, ich weiß gar nicht, ich kam so um drei wieder, eigentlich gehen wir das mal auf Viertel nach drei, ja, wir haben jetzt 21 Uhr, Leute, ja, das heißt, ich hab ca. sechs Stunden geschlafen, auch die Nacht, da freut sich meine Mom, aber jeweils tätig, ja, jeweils tätig, meh, natürlich freut sie sich nicht, warum sollte sie sich freuen oder nicht freuen, das macht ja gar keinen Sinn, egal, ist ja auch egal, ähm, die Sache, ich sag die, ich bin jetzt grad kein Stand, ich hab einen Stock, ich hab einen Stock, naja gut, ich bin ja ein, äh, detective, ach, das ist egal, hier schau, da, 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 das ist das Bild der Frau, ja, meine Levin, und die Sache, die ist halt so, und ich, bin ein Smachila, und die Smachila, das macht bisschen im Smach, und dann, um Smachs, um's machen, und machen die so, ziemlich Smach, äh, äh, this is the body of this player, was a traitor, okay, jetzt hab ich meine Stöcke verbraucht, da, ha, äh, 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 okay, hier werden Leute anscheinend geschlagen, okay, gut, ich werd grad einfach mal getötet, äh, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht mein Lieben, ja, das war auf jeden Fall jetzt so die Geschichte, so, circa so, eigentlich ist es keine Geschichte, wahre Begebenheit, und zwar aus meinem Live, haha, fast ein Daily Vlogger, nur, dass ich nicht keine Facecam hab, was auch vielleicht, wenn das neue Format kommt, stattfinden wird, so, mit Facecam, vielleicht, mit nem Rode, mit nem Rode NT 1, ooooh, oder A1, ich weiß nicht, wie genau, wie ihr gespollen wollt, und erst mal ne WhatsApp Nachricht bekommen, äh, so, gestorben, hab ein neues, ahaha, alles klar, schreib ich jetzt auch noch so, alles klar, ja, das ist gut, Leute, also Smash, ne, das, gut ist, ja, das ist gut, Smash ist so einer, ne, der ist einfach so, der ist einfach manchmal horny auf Snapchat, Guys, die Guys wissen jetzt warum, die wissen nicht genau, was ich meine, ne, he, 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 ja, jetzt, 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 jetzt kommt's langsam ein Tageslicht, Smash ist schon so ein perversen, ne, auf jeden Fall, Leute, Tangle wird einschalten, ja, also, ich bedanke mich wirklich immer wird einschalten, ja, immer, aber, ich kann halt auch hoch, da lassen, ist mir eigentlich auch egal, haut rein, bis zum nächsten Mal, und, Ciao.